Max Cava ist ein US-amerikanischer Schauspieler. Leben Max ist der Zwillingsbruder von Charlie Cava und lebt mit seiner Familie in seinem Geburtsort San Francisco. Charlie Cava wurde am 31. Juli geboren. Max sieben Minuten später am 1. August. Er besucht die University of Southern California. In der fünften Staffel der Serie des Pirate Housewives wurden aufgrund eines Zeitsprungs von fünf Jahren die Kinder der Scavos neu besetzt. Cava übernahm als Preston Scavo und sein Zwillingsbruder als Borta Scavo im Jahre 2008 die Rollen von Brent und Shane Kinsmann. Preston ist der Sohn von Tom und Lynette Scavo. In der sechsten Staffel sieht man Preston nicht, da er für ein Jahr nach Europa geht um dort seine College-Zeit zu absolvieren. Die Rolle verkörperte er bis 2012. 2009 spielte er in einer Folge von Das Büro mit. Zwischen 2013 und 2015 war er in der Rolle des Eden in der dritten und im Auftakt der fünften Staffel der MTV-Serie Teen Wolf neben seinem Bruder Charlie zu sehen. 2014 verkörperte er ebenfalls zusammen mit seinem Bruder ein Zwillingspaar in der ersten Staffel HBO-Serie The Leftovers. Max Cava führt seit Mai 2014 eine Beziehung mit seiner Schauspielkollegin Holland Roden. Filmografie 2008 zu 2012 Desperate Housewives 2009 Das Büro 2010 Meine Schwester Charlie 2012 Victorious 2012 Halo 4 Forward Unto Don 2013 The Cheating Pact 2013 zu 2015 Teen Wolf 2014 The Leftovers 2014 Ask Me Any Iing 2014 Sex Coach 2015 The Following Nominierungen Sack Awards 2009 Nominierung als hervorragende Leistung durch ein Ensemble in einer Comedy-Serie für Desperate Housewives. Neuf Pax 풍se Son hervorragende Leistung des Wanderb�� Besuch